Oh fuck Ja ich glaube auch Wie kann ich hier Flashlight an Wie kann ich hier Dings anmachen Nein ich will hier Nein Nachtsicht Night Vision N Also N Kann ich auch Zoom irgendwie W und T Nee Z Ah Z ist Zoom Will ich das Ich will glaube ich gar nicht Zoom Wenn ich ehrlich bin Ich weiß auch gar nicht wie lange ich hier schon drin bin Wir sind die Erschrecke auch echt gut gemacht Ja Das stimmt Ist ein schönes Spielchen Wenn ich das mal so sagen darf Ist echt gut gemacht So Ich renne mal Okay Ich habe immer Angst mich umzudrehen Dass da jemand steht War der Lichtschein vorher schon da Ich bin so blöd und guck da noch rein Okay Natürlich Und der Key für dieses Door Das war Das war Ja Ähm Ich habe mich nicht geschrungen Das ist eine normale Reaktion bei mir Oh das gute Blitzgetränk Wer kennt es nicht Ist hier ein Key? Ich sehe das gar nicht Äh Ist hier Nee okay Was haben wir denn hier? Das gute Soda Can Ah die gute Soda Can Da ist ein Handabdruck drauf Okay lass mich raten Der Key ist woanders Nicht hier Glaube ich zumindest Sieht so aus Vielleicht Vielleicht auch nicht Ich weiß es nicht Ja Das ist schön Das ist ganz toll Lass mich raten Der Key ist irgendwo hier Ganz am Anfang Gespawnt In der Tonne Auf der Tonne In der Tonne Auf der Tonne Sitzt eine kleine Wanze Auf der Mauer Auf der Lower Sitzt eine kleine Wanze Schau dir mal die Wanze an Wie die Wanze tanzen kann Auf der Mauer Auf der Lower Sitzt eine kleine Wanze Hey Noch bin ich gut gelaunt Herzlich Willkommen Zu Outlast 3 Wieso ist jetzt hier ein Gitter Das war doch vorher nicht Das Gitter war doch vorher nicht Oder? Outlast 3 Craig Und der ist immer noch da Waren wir da schon? Nee ne? Wo ist dieser scheiß Schlüssel? Hat das irgendwas mit dem Licht Zu tun hier? Wieso funktioniert das Licht Wenn das Kabel nicht dran ist? Oh Ach hier ist die Tür Hä das ist eine andere Tür Da hinten Okay Da wo finde ich den Schlüssel? Hello again Hey du ich möchte dich Heute noch sehen Möchtest du mit mir In die Arme gehen? Dort wo alles Begab Was oh Gott Was denn oh Gott Was denn oh Gott Was denn Äh Äh War der Der war doch vorher nicht da oder? Du sollst einen Schlüssel finden Nicht eine Leiche War der vorher da? Nein ne? Oder muss ich zwischendurch Einfach mit dem Dings rumlaufen Mit dem Glowstick Boah das wäre gemein Oh Gott Oh Gott No Oh Gott ich hasse das Ich gehe völlig in die Dunkelheit Ne Es ist halt einfach Furchtbar As fuck Furchtbar as fuck Aber hat der den anderen In deinem Gitter Nicht gesehen Vorhin oder was? Da war doch auch Einer am liegen Ich finde das sogar jetzt hier noch viel viel schlimmer Als wie Mitnacht sich rumzulaufen Muss ich ganz ehrlich gestehen So jetzt werden wir wieder hier So jetzt werden wir wieder hier Hallo Hallo Entschuldigung Ich brauche ein I need the key. Man sieht fast nix. Ja, furchtbar. I need the key. I need the key to your heart with my emotion. I need the key. Kann ich irgendwas machen? Nö. To reach up the motion. Die motion. So, ich drehe das Propangas auf und dann jage ich alles in die Luft. Dann ist alles vorbei. Gott sei Dank. Ich finde keinen Schlüssel. Ich meine, es war ganz toll, dass er sagt, wir brauchen den Schlüssel. Ja. Hier komme ich gar nicht lang mehr. Also ich komme nicht mehr dahin zu der Tür. Irgendwo liegt der Schlüssel. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Es tut mir leid. Ich renne wie ein wilder Mann durch die Gegend mit einer Kamera in der Hand und habe das Bedürfnis, einen Schlüssel zu finden, den ich gerade nicht finde, weil ich zu blöd bin. Oder keine Ahnung. Was ist das? Deck 12. 50 Kilo. In diesen Raum möchte ich nicht gehen. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Du weißt, warum. Spiel wärst du so lieb, mir einen Hinweis zu geben. Das wäre ganz toll. Radioaktiver Beutel. Okay. Gut. Radioaktiver Beutel. Biohazard ist auch da. Ja. Im Übrigen, für die Leute, die es interessiert, ich habe von Cookie übrigens auch Poppy Party 2, Kapitel 2 geschenkt bekommen. Ja. Das werden wir wohl dann mal demnächst mal spielen, um uns das hinter uns zu bringen. Warte mal, hier waren wir doch gerade, ne? Wo ist denn hier links irgendwo? Nee. Hä? Wo ist denn der Raum mit dem Automaten? Ist der hier lang? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo der Schlüssel ist, um ehrlich zu sein. Ich kann mich halt auch nicht ducken, oder so, ne? Huch, da habe ich gar nicht gesehen. Was ist das denn? Okay. Ein Zettel. War der vorher schon da? Weiß ich nicht, was es sein soll. Auf jeden Fall sieht es furchtbar aus. Was? Gott. Clean. Safe. Was? Da liegt der Schlüssel. Gott can't save you. Okay, das ist gut zu wissen. Danke. Das hört sich doch super an. Irgendwas wird noch passieren. Ich weiß es genau. Will ich denn überhaupt, dass Gott mich saved? Das ist sehr wunderschön. So, du musst irgendwie die Komponente abarrikadieren, die die größte von diesem Haus hat. Mach's gut, okay. Mach's gut, Kuki. Schlaf gut. Vielleicht werde ich das, vielleicht werde ich das tatsächlich auf YouTube hochladen. Weiß ich aber noch nicht mal gucken, weil ich jetzt gleichzeitig tatsächlich auch im Aufnehmen bin. Ich wollte das mal ausprobieren, ob das geht. Vielleicht mal ab und zu mal ein paar kleine Mini-Games vielleicht auf YouTube hochladen, die es vielleicht verpasst haben. Ah, die Brechstange brauchen wir. Hat der gesagt, wo wir die Brechstange finden? Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Für die Leute, die vielleicht Sachen verpassen und vielleicht nicht den ganzen Stream sehen wollen, will ich vielleicht mal überlegen, ob ich da ein paar Sachen dann rausschneide und dann halt so kleine Sachen mal aufnehme. Die war unten. Ja, am Dings. Ah ja, hier. Die ist genauso da. Wie gesagt, für Leute, die vielleicht mal was verpasst haben oder so, dann kann man da das mal anbieten. Das teste ich jetzt mal mit diesem Spiel hier aus. Hä, aber die war doch zu die Tür, oder? Okay. Höh, blöd. Höh, blöd. Opa, bist du es in jungen Jahren? Was hängst du denn da rum? Uff. Opa gab mir sein letztes Tape. Höh, blöd. Höh, blöd. Höh, blöd. Wo bin ich? Das ist nicht so richtig. Das ist tatsächlich der Sonne. Ich träume. Das ist gar nicht gut. Warum ist hier alles so verbrannt? Vielleicht ist er deswegen so schwarz. Weil er verbrannt ist oder so. Das Cursed House. Also hier der Geist. Vielleicht will er uns was zeigen. Dass das Haus vielleicht gebrannt hat oder so. Früher. Okay. Der Fernseher läuft aber irgendwie okay. Ist da nur RTL wieder zu sehen. Was hat der jetzt gesagt? Ich habe jetzt nicht geguckt. Verdammt. Boah. Ist schon cool ne? Alter Schwede. Flowsticks kann ich nicht mitnehmen. Also falls das auf YouTube kommen sollte. Du der gerade auf YouTube guckt. Äh. Wie gesagt. Ich bin gerade im Livestream unterwegs. Und äh. Ja. Was ist hier los? Ah. Hier ist die Kiste. Wie gehts gar nicht gut. 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 Müssen wir in den Keller? Ich will hier raus. Oh, es geht sogar... Äh, was? Bitte was? Uff. Äh. Opa, ich war nie für dich da. Es tut mir so leid. Opa. Wie gut das gemacht ist. Lauf ich? Ich bin mir nicht sicher, ob ich laufe. Ich glaube, ja. Das Geräusch kommt näher, ne? Ich mache übrigens nichts, ne? Äh. Ist das der Fernseher? Oder was ist das? Das sieht aus, als würde das Haus brennen. Hat es vielleicht gebrannt? Was ist das? Äh. Der Gang der Unendlichen Oh, die Tür geht offen, das ist ja praktisch Das ist eine gute Idee, jetzt sich das anzugucken Go to an Edic, ja warum kann ich hier nicht in Edic gehen, muss ich einmal hier rum Hä, ich muss erst die Dings mitnehmen, das Licht, was war das nochmal Leiter, nee warte mal, knicklich, K, nee Oh, G ist knicklich, Glowstick Natürlich, ich vergaß, Entschuldigung Gott, was war das für ein Traum So, dann wollen wir mal, gucken wir uns das mal an Oh Gott, when will this all end? Opas alle, als es wie alte Videos gucken Oh, mit dem Sprung auf der Kamera Alter, mach dich so einen Scheiß Ich hoffe, ich bin nicht Herzinfarkt gefährdet Dann sollte ich vielleicht dieses Spiel nicht spielen Da ist ein Baum Aha Okay, ich kriege die Tür nicht offen Wo ist der Spiegel hin? Hier hing nochmal ein Spiegel Da ist Blut im Bad Da ist auch Blut Oder was auch mal das sein muss Oh, jetzt geht offen Das ist ja super Da ist einfach Das ist ja super Das war's für heute. Also sollten wir hier verschwinden. Aber schleunigst. Natürlich. Äh, nur nicht das. Ich habe keine Wahl. Die Eingangstür ist weg. Dann spielen wir es mal ab. 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 Was steht da? Hallo and find me. Da steht hello. Hello find me. Ich will euch aber nicht fallen. Ich will euch aber nicht fallen. It was a mistake. And pay for the mistakes. There is no free lunch. Sorry. You cannot have eternal shotless. Next time think about what you do. First house. Ja. Schön. Ja. Schön. Ja. Das. es war cool es hatte echt schöne ideen es ging auf jeden fall um ein besessenes haus und aber richtig cool also es hat spaß auf jeden fall besser wie das andere was wir gerade hatten als davor vor ein paar minuten ja es hat ein bisschen outlast vibes muss ich sagen und ein bisschen ja so dieses standard in die mäßige faun footage aus horror was aber nicht schlecht ist muss man einfach sagen was war es am ende laun laun stets ist what you pay for your lawn war das naja das war cursed house ich ja das schöne spielchen so